Wir machen heute Hähnchenbrustfilet Berge dazu gibt es einen sommerlichen Salat sehr lecker hier mit Bandarinen stehen hier schon und der Meister macht hier noch den Reis heiß ich bin heiß auf Reis jetzt will ich uns noch glas Tellerchen für den Salat hinlegen willst du glas Tellerchen für den Salat sehr gern und Kirschen zum Nachtisch so klick bumm seid ihr alle wach sehr schön so guten Papa guten Appetit danke fürs kochen ist gut kannst du das Handy ausmachen das klappt nämlich auch nicht so gut mein Handy wir fangen an Mama mach mal an der Gesicht du bist sonst so eine schöne Frau wenn du lächelst du versuchst dann jedes schöne Essen mit deinem Dorfem Handy ach Peter bis jetzt war Ruhe am Tisch jetzt fängst du wieder an wir fangen wieder an hohen Appetit braucht ihr überhaupt nichts zu essen zu machen Papa aufhören